was wir ziehen uns ein schwein ein blödes kleine schwein denn dieses kleine schwein ist gleich fertig nimm mal die töpfchen raus der braucht keine töpfchen mehr das wird unser kampfschwein ich weiß aber nicht wie ich das heraus ich kann den zaun ja wegnehmen du kannst es aber auch einfach drinnen lassen und das will ich das will ich nicht da oben haben dann nimmt den zaun weg und dann ist raus so das soll ja hiermit raus ist doch gleich fertig ist das männlich ja ein männliches schwein ich weiß wie ich das nennen der frisst aber viel ne frist in einer tor du verfressen stück warum frisst du so viel boah geht das fix ich weiß es nicht ich weiß es nicht guck er ist schon fertig du wahnsinn das ist doch wahnsinn da ich hab'n vier monen für vier um hier den nenne ich mr piggy oh andersrum mr piggy ja schon gekackt dafür haben wir dich ja die kackt die ganze zeit schon so komm mit hier ach du kommst mir eh na komm komm mal her na komm komm mal her du kackdink komm mal her hey kackophonie hier hinten kannst du dich mal so hinstellen hier bin ich hallo komm da komm oh ich möchte gern da rüber dann krabbel ich da eben durch so ich krabbel da durch weil ich zu doof bin so jetzt nnnn gebe ich dem mal jetzt gebe ich dem mal weiße bären haben wir noch weiße bären maßig guck in 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 den futtertrog in den futtertrog weißt du dass wir hier ganz vieles verrottetes fleisch haben ja das wär toll können wir ja narkotiks machen ohne ende ja ja komm her du kleines mistviech wie viel scheiße brauchen wir denn nicht viel ich hab nämlich schon eingesammelt der lief ja schon eine ganze zeit lang da rum ja das ist so geil mit dem weißen bären ja die kackmaschine ne 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 kacke hier ist nur noch ganz wenig zeug drin stroh für einmal auch wie immer mörchen du wieso haben wir denn schon so viele fette leise weil ich die ganze zeit schon kacka gesammelt habe ich bin stolz auf dich immer machst du so'n scheiß jetzt passt dir das aber oder was macht denn hier mein schrank in dem fall ja da sind eier drin viel johm ja sattel was denn geht nicht soll ich dir helfen was würdest du mir helfen ich such Viech giezer äh was für ein Viech denn ich dachte dass wir ach so ein Wolf ich mach mal den Zaun da wieder hin ne ja das wär gut so so und so was denn da kam ein Kanu 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 Vogel ganz dringend ganz dringend brauchst du einen Vogel sollen wir jetzt einen zähmen gehen einen Vogel das wär ne gute Idee besser als so ne Kusenwolf wie mach ich das denn soll ich den hier runter locken wie den den Vogel ja kann man auf dem Berg ja ne ja erstens ist es da ziemlich kalt ja 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 ich kanns ja mal probieren ob der soweit mitkommt besser muss ich mich ja gut das ist ein Elefant ok Pause der ist schon wieder gekackt dann jetzt sind wie gesagt Töpfchen sind noch im Schrank ich hab schon wieder gekackt dann mach dem mal genug Pfeile ich hab 28 die Tiere sind alle auf neutral hast du irgendwas mit? nein aber ich hab hier Kacker Kacker du hast nix mit wie können wir denn jetzt den Vogel am besten am besten hängst du mich hinten ran ja 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 und dann schieß ich drauf und dann fliegst du weg dass der uns hinterher kommt ich könnte den auch gleich hier mitziehen aber wenn ich absteige du kannst doch gleich hierher locken ja das ist ja das blöde wann ist hier der Vogel das geht ja nicht der greift uns ja an ich muss erstmal mich hinsetzen ist hier was oder ist auch gerade einer ich wollte doch Pfeile machen mal noch mehr so was ist denn da wir können auch erstmal Pteradon ziehen weil den Sattel können wir schon bauen hier unten ist doch gerade ein Vogel gar nicht weit weg da ist ein Wölf drüben sind Wölfe Level 64 ja der ist doch schon mal Level 72 der ist ein Säbelzahn der da da hinten der braune Level 64 den kannst du doch mal holen ja pass auf dass der Löwe siehst du den bei der Brücke hinten oder bist du gleich da ich bin jetzt oberhalb der Brücke ich komme angeflogen ja auf der anderen Seite da wo die wo unsere Strohhütte ist da drüben ich bin echt schon weit rum geflogen da unten fliegt da runter da unten ist er doch kannst du gleich mitnehmen den Wofi da pass auf da ist ein Säbelzahn ne nein den will ich nicht den will sie nicht scheiß Säbelzahn ich will den Wolf hier der ist auf dem Felsen beim Schild ist der Wolf ja den kannst du auch töten hast du noch Puste nein den Wolf sollst du aufsammeln siehst du ihn beim Schild jetzt hast du ihn du hast ihn wieder verloren du hast ihn wieder verloren nein hab ich nicht ich hab den ja nur ich guck gerade wo der Tiger ist der weiß nicht gerade dann lass ihn mal da oben runter scheiße hast du nicht ordentlich gezielt jetzt ist er dran perfekt ich weiß nicht ob er da durchgletscht ich mach mal alle auf passiv die sind alle achso ja aber das schmein nicht hallo Schnuffel bist du da ich bin da gut kannst du mich mitschießen wo ist er denn jetzt bei mir hier der läuft hier rum so ich hab ihn getroffen ich hab den Zaun getroffen ich hab so einen ja das klangt du triffst ihn ja du siehst ja dass er blutet hast du auch die richtigen Pfeile ja natürlich hab ich die richtigen Pfeile bösehundchen das war daneben so böses böses Hündchen oh man das ist doch so ne ja das hat genau ein Pfeil im Kopf viele Pfeile im Kopf trotzdem vorglauben das war ein doppelschuss ja dann warten wir jetzt mal macht ja nix ich habe nur drei fall ich muss mal welche machen okay ich habe noch ich habe 51 noch ja der geht jetzt schon mal geht doch nicht was geht er schlafen nicht laufen meine ich wo 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 ich will gut gemacht jetzt bin ich dran ja jetzt fliegt da er liegt er liegt mal gucken halb leben weg nur durch die blöden pfeile gut ich nehme mir den wolf und die mal mit holen ich kann besser hier raus ich werde immer tapfchen da rein ich habe gar keine tapfchen muss immer tapfchen holen ich muss mal eben aufs tapfchen ja und noch ein wolf viele viele bunte wölfe so finde ich jetzt drei mit da unten war eben da war ein tiger aber der droppt ja nix da kommt ja kein primate mammute vielleicht nach kleine ja das geht ja das dauert ja noch ja da hinten waren mammute da ist ein kleiner vogel ne will ich nicht von großen vogel zum reiten nicht so klein tierradon ich will den pipschutz peteradon essen dann kommen wir ja mal aus und lassen wie viel level würde er zu kriegen weiß ich nicht der ist ja nur level 64 war da nicht eben größe ne das war der tiger ne der war 72 zum zähmen was steht da liege zum zähmen nahrungs ins inventar nahrungs aber zum zähmen haben die groß geschrieben das finde ich gut wo bist du dich abschießen auf welchen berg ich bin auf dem rückweg gegenüber der brücke dann komm mal hier hoch ich mach dir hier mal auf ne ja das gleiche rein reiten wo bist du denn sehe dich nicht da kommst du da kommt der finde das findel kind passt er durch ich hab ja die zäune weg gemacht habe ich gerade gesagt aber das ist naja was gesagt ich mach dir mal auf du hast nicht gesagt ich mach die zäune weg habe ich nicht ja was wie soll ich denn sonst auf mal die tür aufmachen ich brauche noch mehr fleisch hier ist noch mehr drin nimm das mit ja kannst alles rausnehmen ja gleich so machen können dann kannst du los obwohl der hat ein prei mitgegessen hat schon ich hätte jetzt gern acht meter ist das zweite gekäst du bist jetzt rüber schmeißen ich habe doch eine andere maßstab ich muss mir mal was anders machen ich weiß jetzt nicht nur noch ein viech ist was waren das für ein tier mammut so gut das war schön dann kriegt er ja mal zwei töpfchen damit er wieder ordentlich hunger hat und das ein mietmampft zählt aber noch so soviel töpfchen brauchen wir nicht bei dem torpor klasse haben wir auch einen wolf für den ich muss meinen noch anmalen welcher ist meine überhaupt das männchen noch ein weibchen aber drei weibchen so was mache ich jetzt hätte ich jetzt einen sattel für den bieber könnte ich ein bisschen holz dann musst du mal scheiße schreien scheiße das war ein kano und 22 prime meet durch einen wolf ich habe mich trotzdem erschrocken weil das blöde viel von hinten ankam ja die sind immer ganz leise ich habe ja noch die musik bei mir aus ich weiß noch nicht mal ob da irgendwas böses kommt das ist dann noch viel spannender ja ich dass die musik ist ja erst wenn es zu spät ist ich habe wieder zeit rein das gut zwei meter mehr wahrscheinlich beim gut was mache ich denn jetzt kommt der kano da von hinten ja die sind gemein ne ja ich wieso wieso können die so leise laufen also wenn wir drauf sitzen dann dann halten die da so durch die gegend ja ich sehe sie noch nicht auf der brücke ja noch nicht jetzt kommt es gerade angeritten das war gelogen ja fast ich dachte bist du durch sie ist wenn du auch bringen das ist toll bringe ich aber über die brücke hinweg das ist dann auch doof heißt ja wo du rein kannst auch was hat er alles gekriegt ich habe alles rausgenommen was war denn alles drin da waren rezepten für freier curry dann war da das war ein kram drin weiß ich nicht kann kann ich sagen was da noch drin war flitschen muss ich im video gucken was ich da jetzt aufgenommen habe das ist das ja so im augenblick hat er ja noch jetzt hat er eins gegessen jetzt ist er beim ja siehst du dann kommt er bis zum er natürlich wollen um mehr ich habe genug fleisch drin das dauert dann halt länger ne ja ich bin nur den kram weg und er kriegt dann nicht mehr so viel level und jetzt wollen wir das ja ja mit primit ist natürlich schöner weil es dadurch schneller geben dann verliert er ja weniger level musst du gucken hauptsache bringt den wolf nicht um welchen hast du eigentlich genommen den großen ja mit ich gestern durch die gegend geritten bin schön ich guck mal was der dabei hat hast du denn da so hingelegt der hat vier fallschärme wieder das denn gemacht aber bestimmt umfliegen kannst du doch ziemlich früh lernen aber sein kopf ist ganz also das sieht nicht gesund aus wie er da am schrank liegt das ist das ist nicht gesund naja 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 was macht denn wuffi wuffi ich komme wuffi gleich ist er das preimit hoffe ich das war halt Bock ne ne Level 16. Ich habe mich aber nur erschrocken. Ja. Nee, ich glaube, den Bronto, den großen, den lasse ich mal, ne? Ja, ja. Obwohl, der hat dann ein Liegen, aber ich lasse trotzdem. Ach. Ach, ach. Habe ich ja gesagt, bis zum Äh. Der würde 30 Level dazukriegen. Hier ist ein Pferd. Was ist das denn für ein Level? Ist mir egal. Ich mach das jetzt. Du klickst aber laut. Ich muss doch mal ein Getränk. Mein Kaltgetränk. Pferd, nicht weglaufen. Ich bin doch hier. Bist du mein Pferd? Das Pferd, meinst du. Wo fährt das denn? So. Das war genau hier gegenüber. Und da sind auch die dicken Brontos. Genau gegenüber. Da kommt irgendwas. An der Brücke. Da kommt die Finnel. Da kommt die Finnel. An der Brücke. Da ist die Finnel. Seht ihr sie? Ich auch. So. Ah, ich bin gleich da. Moment. Kann ich rausnehmen? Ich hab alles transferiert. Gib mir mal das Leder wieder. Der Zeuge. Ja, ist doch egal. Da ist das Prime-Miet sofort drin. Ist doch gut. Muss ich halt mein Kram wieder rausholen. Ja. Ich wollte gucken. Aber der hat jetzt vier. Was? Genau halb. Vier Prime-Miet hat er noch. Jetzt. Ich geb dir noch mal Töpfchen. Und die sind noch sieben Minuten. Oh. Ne, das war falsch. So. Gebären darfst du nicht geben. Er verliert ihr Leben. Hab ich mal gesehen. Ist mir mal aufgefallen beim... Ich fütte ihn ja nicht damit. Ja. Weil die noch drin waren. Ne, ich hatte ja doch alles transferiert. Deswegen. Jetzt hab ich hier ganz viel Fleisch. Das würde ich natürlich gerne noch mal braten. Ich brauche ein Öl. Dann können wir Trockenfleisch machen. Oh, mal gucken. Ich bring das mal. Ich hatte hier doch... Wir brauchen mal so einen größeren... Ja, da. Packst du das rein? Nein, ich hab's rausgeholt. Ach so. Ich hab gerade Zeug. Hä? Wir brauchen noch einen... Ofen. Einen Kühlschrank, meine ich. Das andere Ding. Einen Kühlschrank? Ich mach erstmal hier ein paar Schnitzel. Hier sind ja im Kühlschrank richtig viel verrottete Fleisch. Da kann man ja nochmal... Die hab ich da reingetan. ...richtig viele Dinger machen. Furia. So, wo bist du? Ich bin wieder beim Hund oben. So, machen wir das mal so. Guck mal, ich geb dir noch was ab. Hier. Pass nicht mehr in den Kühlschrank. Ich seh nix. Im Hund. Was? Im Hund. Oh ja. Hm, fünf Stück. Oder eher. Die anderen sind im Kühlschrank. Äh, ich hab aber... Ich bin ja voll mit Essen. Ich auch. Ja, der hat wieder gefressen. Ich weiß nicht, ob das hält. Das sechs Minuten... Die halten alle noch sechs Minuten. Also, ich glaub, der müsste so... Wenn der normal fällt... Alle drei Minuten, zweieinhalb, drei Minuten essen. Das heißt, zwei wird er dann noch kriegen, wenn die nur sechs Minuten halten. Dann sollte ich wohl noch mal los, ne? Ja, dann hat er halt nur Prei mitgekriegt. Wäre aber gut. Ja, ich kann ihm ja... Ich kann ihm ja weiße Beeren geben, dann frisst er ja schneller. Ne? Das kann ich ja mal machen. Ne? Ja, Klöpfchen haben wir ja genug. Äh, eben. Ich hab ja genug mit... Hau ich immer einen... Ein weißer T-Rex. Den hab ich weg. Wie groß? Weiß ich nicht. Der hat mich eh gesehen. So, ich hau dir mal hier so zehn solche Dinge rein. Zwölf. Zwölf Primit? Nein. Level zwölf. Achso. Wollt schon tot, ne? Ja. Was hat er dabei? Tolle Sachen? Der hat hier gebissen und dann war der schon... Hey, wo sind die Töpfchen? Geht das nicht mehr mit den weißen Beeren? Nein, das geht nicht mehr. Du. Ne? Eine weiße Beere? Der ist voll mit Essen. Oh, das ist ja blöd. Das ist ja bescheuert. Oder hat gerade einen Prei mitgegessen? Ne, er hat gerade einen Prei mitgegessen. Und das ist dann nicht blöd? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich teste das nochmal. Hä, wo sind die weißen Beeren denn? Die weißen Beeren sind müde. T-Rex-Fleisch. Ne, der hatte gerade einen Prei mitgegessen. Ja, das wäre auch sonst echt dämlich. So, ich habe ihm jetzt mal 27 weißen Beeren gegeben. Der Pfin hast du noch, ne? Ja, ja. Ich habe noch 39. Hier sind ja auch welche darin. Die kriegt er auch nochmal dazu. Ich weiß nicht, wenn man das beschleunigen kann. Ohne, dass er Schaden kriegt. Ja, fällt aber ganz schön runter, du, am Torpor. Aber man kann mir ja wieder ordentlich Töpfchen geben. 8 Meter. Genau, 70. Ja. Aber das, guck mal, das hält alles noch. Das hält noch drei Minuten. Das geht. Das müsste reichen. Ja, dann ist du davon erst eins. Und dann hast du ja noch drei drin, die ein bisschen länger halten. Ich habe ihm gerade Töpfchen gegeben. Wieso fällt der runter? Hä? Oder sind das immer noch die Nachwirkungen von den weißen Beeren? Wahrscheinlich, ja. Jetzt geht er ja hoch. Jetzt geht er jetzt wieder hoch, ne? Okay. Ich habe ein Level up. Gezettet. Ich nicht. Du bist Level 50? Ja. Habe ich fast gedacht. Kannst du neue Sachen lernen? Toll, ne? Hallo? Ja. Hallo? Ja. Rede mit mir, Finne. Finne redet nie mit mir. Ja, ne. Ne. Kriegskarte könnte ich jetzt, aber die brauchen wir nicht. Pro-Kopf-Todon-Sattel? Pro-Kopf-Todon. Ich könnte jetzt Pumpgun, was ist ein Pumpgun? Ist das das Gewehr, was du wolltest? Nein, ist das nicht, ne? So eine... Was? Das ist nicht das Gewehr, was du wolltest. Nein, 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 nein. Das ist eine Reifel irgendwie primitiv. Also ich könnte jetzt Gewächshaus lernen. Soll ich mal gucken? Taschenlampe, die wir nie benutzt haben. Das sehe ich nicht. Den Generator könnte ich und so weiter und so fort. Ja, das kann ich aber auch dann. Die ganzen Laternen-Krams. Das mache ich wieder, ne? Ja. Du kannst noch nicht den Sattel... Ne, kannst du noch nicht. Ankylosattel? Ne, den anderen Sattel. Wie heißt der Sattel, den wir wollten? Argentavis. Ne, Quatsch. Biber? Biber mit 55. Ja, das bin ich ja noch nicht. Ne. Und Argentavis? Das waren es dann Argentavis-Zähm oder zwei? Auch... 55. Dann schicken wir halt den Wolf los. Der ist schon 64. Kann der das nicht mehr? Ich könnte uns aber ein Doppelbett bauen. Guck mal, der ist gleich fertig. Cool, ne? Echt? Ja, noch zwei... Ja. Eins, schätze ich. Ein Prime-Meet. Reicht das noch? Pas, reicht. Das reicht gut. Ja, dann müsste... Die sind noch vier Minuten, die einen. Ich gebe denen nochmal zwei Töpfchen. Dann geht es ein bisschen schneller. Drei Töpfchen, dann reicht das. So. Müsste eigentlich reichen. Den wollte ich eigentlich Petra nennen. Das kannst du deinen Petrarodon nennen. Petra, Paula und... Was? Petrarodon kannst du ihn Petra nennen. Ja gut. Petra nenne ich den. Deta. Das ist aber eigentlich ein... Ein Das. Was? Deta. Das ist ein Dodo. Das ist doch diese... Kennst du doch. Aus... Aus... Aus unserem tollen Special. Halloween-Special. Ach so. Das meinst du. Ich meinte nur was anderes. Trinken. Guck mal, drei Minuten. Der müsste... Das müsste eigentlich passen, ne? Ja. Einmal essen, dann ist er fertig. Wieso regnet das? Ich mag das nicht. Mit der Hund nass. Mit der Hund nass, ja. Ich hab hier auch ne Fackel hier hingestellt. Das ist schön. Was passiert hier? Nix. War ein Leck und ich hab die Fackel angenommen. Ach so. Ich hab auch nicht geleckt. Der ist jetzt bei... Der müssen wir bald essen hier. Bei 50, ne? Nein, das hat noch nicht gereicht. Ja, das reicht aber auch jetzt hier. Bei 50 ist der... Warte mal. Bei 50 was? Bei 50. Der ist... Also Primeid. Bei 50. Ach so. So. Ein bisschen beschleunigen. Ich weiß, ob das reicht. Hier die zwei Minuten. Zweieinhalb. Ach gut. Wenn das weg ist und er isst ein normales Fleisch, reicht's dir auch. Müsste eigentlich. Klasse. Das ging ja gut. Na? Na? So. Okay. Ich warte noch so lange ab mit der Aufnahme. Zum Dunkeln hier. Aber ich könnte jetzt Primeid ja auch rausnehmen. Da. Dann isst du ja ein normales Fleisch, ne? Ja, eigentlich schon. Dann hat der 29 Level dazu. Dann isst er über 90. 4, 9, 4, 93. Ja. Ist er das? Ist er. Ach, das war blöd. Er kann das auch mal so essen. Das wird er sowieso nicht tun. Nochmal gucken. Das ist in 40 Sekunden soweit. Reicht das? Schafft er das? 40 Sekunden? 36? Darum bist du eigentlich. Ich bin extra weit weggegangen. Muss ich das nämlich machen? Findle ist schon 51. Ich brech ins Essen. Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, ne? Acht Level über mir, ne? Wollte ich nur mal sagen, ne? Acht. Ich war mit dem Hund ja da unterwegs. Das gibt gut was weg. Wieso wird der da schon wieder? Bringst du den runter hier? Ja, mach ich. Ich glaube, wir müssen den Stall hier mal vergrößern. In diese Richtung hier. Ich mach da oben den Zaun mal wieder hin. Den Zauni. Und den anderen auch noch oben drauf. Schön. Klasse. Dann war es das schon wieder vor heute. Lässt du die alle hier raus? Nein, ich wollte absteigen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.